Und ich zeige dir heute, wie du in Excel Zellen verbindest und sag auch warum. Zellen verbinden heißt, dass du zum Beispiel hier diese Überschrift als eine Zelle haben willst. Man kann ja Zellen in Excel nicht zerteilen in zwei kleinere oder sowas, aber man kann den Eindruck erwecken, dass quasi mehrere Zellen zu einer Zelle vermischt werden oder verschwommen werden. Das macht man normalerweise, wie gesagt, nur bei Überschriften. Ansonsten macht es ja gar keinen Sinn. Denn Excel ist ja ein Raster, das heißt, wir haben A, B, C, D, E, F, G, wir haben hier diese Zeilen. Wir können halt herumspielen und wir können ein schönes Design machen. Aber bei den Überschriften ist es ja oft so, dass wir die nicht ganz zentriert bekommen und das sieht dann immer irgendwie doof aus. Hier zum Beispiel diese Überschrift hätte ich ja gerne zwischen B und C. Und da gibt es was ganz Tolles und das benutzt man eigentlich nur aus Designgründen und das ist das Zellen verbinden. Dazu gehen wir hin und markieren diese ganzen vier Zellen hier, 1, 2, 3, 4 und dann gehst du auf Start und hier siehst du Ausrichtung. Und dann gibt es hier diesen Knopf Verbinden und Zentrieren. Wenn du den drückst, wird daraus eine Zelle und man kann die auch nur als eine Zelle markieren. Siehst du, ich mache mal ein bisschen Fett hier und das sieht halt dann schön aus. Man muss aber ein bisschen damit aufpassen, denn was ist es jetzt? Was ist die Adresse von dieser Zelle? Ist es A1, ist es B1, ist es C1? Und die Antwort ist, es ist immer die Adresse oben links. Also in dem Fall ist es A1. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Überschrift irgendwie erwischen will oder markieren will, mache ich gleich. Und dann siehst du hier A1. Also D1, B1 und C1 gibt es nicht mehr sozusagen. Also das ist das Thema Verbinden und Zentrieren. Du kannst es auch rückgängig machen, indem du das wieder markierst. Und dann sagst du hier Zellverbund aufheben. Man kann das auch über mehrere Spalten machen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe hier einen Text und ich habe diesen Text über, sagen wir mal, drei Zeilen, drei Spalten. Ich blende jetzt die Gitternetzlinie wieder ein. Dann kann man das sehr schön sehen. Wenn ich jetzt klicke auf Verbinden und Zentrieren, dann ist es komplett. Also dann ist diese Zeile, besteht dann eben aus neun Zellen. Und das ist eine sehr schöne Sache. Man kann hier noch die Höhe verändern. Siehst du hier bei der Ausrichtung, dann hast du ein schönes kleines Design-Element. Und das ist 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 ein schönes kleines Design-Element.